Wie heißt du, mein Junge? Hugo. Hugo Capré. Ein Andenken an seine Vergangenheit. Wer hat ihn gebaut? Ich denke, ein Zauberer. Das ist das Raffinierteste, was sich je in den Fingern hielt. Können wir ihn reparieren? Natürlich können wir das. Eine geheimnisvolle Verbindung. Hey, wo hast du den her? Ich brauche ihn, um etwas zu reparieren. Das ist fantastisch. Ein Geheimnis. Was ist das? Ich glaube, eine Botschaft von meinem Vater. Wieso sollte mein Schlüssel in die Maschine deines Vaters passen? Das ihn nach Hause führt. Dieser Ort hier ist heimtückisch, verstehst du? Nimm dich in Acht. Wir könnten Ärger bekommen. Deshalb ist es eben ein Abenteuer. Du hast so lange versucht, die Vergangenheit zu vergessen. Vielleicht ist es an der Zeit, dich zu erinnern. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Regisseur und Oscar-Preisträger Martin Scorsese lädt euch auf eine fantastische Reise ein. Halte das Kind auf! Ergreift es! Vor langer Zeit lernte ich einen Jungen kennen. Er hieß Hugo Cabret. Er war auf der Suche nach einer geheimen Botschaft. Ich muss wissen, was das bedeutet. Sie sollte ihm dabei helfen... Hugo! ...nach Hause zu finden. Hugo Cabret.